Ein Klassiker als Kuriosum auf der CES ist etwa das smarte Klo. Nur dass hier nicht mehr das ganze Klo smart sein muss, sondern lediglich der Klo-Stein, der in die Schüssel gehängt wird und dafür die flüssigen Ausscheidungen analysiert. Die Firma Withings stellt den U-Scan vor. Ja, U steht für Urin. Das ist ein Gerät in Form eines Hockey-Pucks, das in der Toilettenschüssel sitzt und den Urin analysiert und die Ergebnisse per Bluetooth an eine Smartphone-App sendet. Warum will man das überhaupt wissen? Etwa um den Menstruationszyklus zu verfolgen, allgemeine Gesundheitsinfo wie Flüssigkeitshaushalt oder Vitamin C-Spiegel zu überwachen oder als Forscher einfach Studien durchzuführen.